Das ist der Vorteil der U-Bahn. Einfach am Stau vorbeifahren. Klasse. Die U18 fährt hier auf der Mittelspur der A-Fesi quasi. Genau zwischen den beiden Fahrträschungen. Die Fahrt ist in Richtung Mülheim, sprich in Rüßburg auf einer Seite Fahrträschung-Hoppen, liegt genau zwischen den Fahrbahnen. Die U-Bahn-Trasse hier. Es steht sogar Stau auf der Anzeigetafel. Da hättest du noch ein Fahrzeug aus Essen, Oberhausen, Lüßburg. Warum fahren die nicht alle nicht einfach mit dem zu öffentlichen Personsverkehr? Egal ob ICE, Fernverkehr oder Regional. Und fast alle Regio-Viele. Urheil, Essen. Urheil, Essen und so weiter. Sieht noch weiter. Super, dass wir heute die U-Bahn-Nummer haben. Das ist ja heute der U-Bahn. Die U-Bahn-Trasse ist nämlich hochreisen heute. Es schaut sich gut nach Essen aus der Hause. Und noch weiter. Ruhig-Ei... 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 Ruhig-Ei...